Wir sind ja vor zwei Jahren schon mal zusammengefahren und Rikard, Wolfgang und ich, das hat super gepasst und hat sich in diesem Jahr wieder so ergeben und wir freuen uns auf eine ganz tolle spannende Saison 2013. Also das Team funktioniert immer sehr gut, weil wir haben sehr wenige technische Ausfälle gehabt. Wir verstehen uns auch prächtig im Team. Die Fahrer untereinander, die Mechaniker machen eine sehr gute Arbeit und man versteht sich auch sehr freundschaftlich. Da die Vorbereitungen am Auto so gut sind, dass wir auch gute Ergebnisse reinfahren können, sind wir meistens sehr happy. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Verstattung. Der Michelin funktioniert jetzt perfekt. Am Anfang war er noch zu kalt. Jetzt, wo weniger Wasser ist, funktioniert er vom Feinsten. Also wir lassen den auch drauf. Die Bedingungen sind jetzt gleichbleibend. Okay, man sieht alles. Die rutschigen Stellen hat man jetzt auch drin. Es ist nichts Neues dazukommen aus einer Mercedes Arena. Aber es ist fahrbar. Es wird ja immer schneller. Es war ein Reifenpoker. Welche Reifen machen wir drauf und wie viele Wechsel nehmen wir in Kauf. Wir haben jetzt zwei Minuten Vorsprung. Also war das keine schlechte Entscheidung. Obwohl wir heute das klassische Eifelwetterrennen hatten mit allem, mit Nässe, mit Nebel. Einfach nur perfekt am Ende. Und das zeigt mal wieder, dass wir eine optimale Mannschaft haben. Ein Fahrerversetzung, Team. Passt eben alles zusammen. Und dann kann man so tolle Siege rausfahren wie heute. Heute ist jetzt Feierstimmung. Jawohl. Wir haben fünf Autos im Ziel. Alle sind ohne Kratzer. Das ist bei den Anzahl Unfällen selten. Aber bei uns ist es Gott sei Dank normal, weil wir sehr besondere Fahrer haben. Wir haben überall eine gute Platzierung und eine sehr gute Platzierung. Ich bin happy.